Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 26. Juni. In dieser Woche ziehe ich jeden Tag eine Botschaft aus dem Seelenreisetarot. Ja und heute haben wir die Karte bekommen, der Magier, eine sehr sehr schöne Karte. Und hier geht es um die Intention, um das Bauchgefühl, um Willenskraft, aber auch darum, dass man etwas manifestieren kann. Hier geht es darum, dass man seine Ziele visualisiert, dass man inspiriert durchs Leben geht und einfach die Träume, Wirklichkeit werden lassen, die man in seinem Leben hat bzw. die Schritte unternehmen, damit die Träume, die man hat, Wirklichkeit werden. Die notwendigen Schritte und wenn es noch so ein kleiner Schritt ist, einfach zu gehen. Ja, ein sehr sehr schöner Tag. Ich wünsche euch einen sehr inspirierenden und willensstarken Tag. Alles Liebe. Ciao.